2, 1 Hallo und herzlich willkommen bei Monash Hi, hier ist eure Spocky Genau, Spocky ist wieder dabei Wir spielen heute wieder Minecraft mal Warte, gerade ist irgendwas schief gelaufen, oder? Nein, doch nicht, es hat nur länger gedauert Wieso schreiben wir das Bild? Ah, da Ich hoffe, dass wir auch diesmal länger spielen, wie das letzte Mal, ne Schnuffel? Yep Ich hab jetzt eine Zeit lang nicht gestreamt, weil es mir nicht besonders gut ging Also, und jetzt starten wir wieder Und ja, bei YouTube wird veröffentlicht, was wir zusammen Wenn wir zusammen streamen, die Sachen werden veröffentlicht Ab Klötzchen bauen YouTube Du hast einen großen Kreis unter dir, mein Kreischen, Kreischen Du auch Na, alter Sack Komm, streiten uns hier, jetzt hau ich ab, ich verlasse dich Ich such mein eigenes Fleckchen Okay, tschö Krieg ich noch, krieg ich noch einen Abschied, Knutscher Komm, mit ganz viel Speichel So richtig feucht Ja, richtig feucht Ein Kuss, ja Tschö Tschö Ich such mein eigener Bereich Ja, wir haben uns entschlossen Warte, ich mach mal einen Ton, Minecraft-Ton ein bisschen lauter Bei mir ist das irgendwie leiser Keine Ahnung, ich hab Tomaten in One Ähm Wir haben uns entschlossen Wir gucken, jeder sein eigenes Gebiet Jeder baut seinen eigenen Stil bei sich Und dann bauen wir irgendwann so einen Tunnel Und, äh Können dann von einer Base zur anderen fahren Und Waren tauschen Mhm Creeper mit dir will ich jetzt noch nicht spielen Warte, ich mach mal ein bisschen Holz kloppen Ja, ich wollte erstmal Creeper loswerden Dann klopfe ich auch Holz Du hast explosiven, äh, Gast Bei dir? Ja, ja Schwarzeichenwald Was willst du, ne Hier fühlen die sich pudelwohl Aber ich will auch in dem Schwarzeichenwald bleiben Was machen wir, wenn wir unterwegs sind Es ist noch dunkel Oh, die ist nicht dunkel, ne Oh, hier sind laut was Schildkröten Ich bin die Herren der Schildkröten Hi Also nicht so wie bei Dragon Ball Herr der Schildkröten Wir haben hier die Herren der Schildkröten So Oh, hier ist direkt ein Meer Ich wär fast direkt in der Höhle gehüpft Hi Creeper Oh, Kupfer Äh, Creeper, kannst du mir mal das Kupfer da freisprengen? Das wär sehr nett Dein lieber Creeper Ja, bei meinem Moki herrscht jetzt Bombenstimmung Äh, der guckt mich an Der kapiert nicht, was ich will Oh, ein Dorf Da klau ich mir doch ein Bett raus Da klau ich mir doch gleich ein schönes Bettchen raus Da kann ich schlafe Da kann ich Nicke schon machen Sag dem Creeper mal, er soll Bomben machen Creeper, da möchte einer eine Bombenstimmung haben Hi Schweinchen Guck auf den Schütz auch nicht Ich hab Schweinchen entdeckt Ja Ich hab ein Dorf entdeckt Das tue ich jetzt plündern Aha Bring mal ein Bett vorbei Bettchen Danke Jo Ich kann schlafen Oh, ich hab hier gleich alles in der Nähe Ja, ist ja cool Bambus Was ist das alles? Tropenbäume Ah, Tropenwald Ja Ey Hier sind direkt alle vier Bäume Alle Baumarten in einer Nähe Da ist Birke Dann ist hier im Schwarzeichenwald Ist die normale Eiche die Schwarzeiche Dann bin ich jetzt hier gerade auf einer Tanne Dann hab ich da Tropenwald Ich bleib hier oben auf dem Hügel Vor allen Dingen hab ich hier einen schönen Ausblick Da hab ich Kühe Da unten hab ich Schweine gesehen Dann Hühner sind mir schon entgegengekommen Schafe Hab ich hier Pilze Ich hab hier alles, was ich brauch Ich bleib hier Ich werd hier sesshaft Er bleibt da unten Ich suche Du bist nur geh faul Ja und Das einzige Problem ist es wegen dem Hunger Ja und damit hab ich dann Hab ich hier Na ja, du bist dann gleich auf Pilze oder wie Machst du dir die Schüsselchen und machst die Pilze oder wie Da hinten hab ich Berge Da hinten hab ich Berge auch Cool Muss ich mal gucken, ob in den Bergen da hinten Über sieben Bergen bei den sieben Bergen Ich warte Über den sieben Bergen Bei den sieben Zwergen Oh, noch ein Zwergen Ich nicht Oh Bisschen Schnee Ein, zwei, vier Blöd Hier Schön blöd, wenn ich jetzt gehen würde Habt ihr nicht irgendwo, wo ich Feld das gewachsen Oder warte mal Ah, Butterbrötchen Ah, nö, 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 nö Bitterbrötchen Wo sind denn eure Touren, Leute, ich Warte mal Guck, hier oben irgendwie Nö Komm, Betzling Irgendwo noch eine Trühe Mir schön Mit Butterbrötchen Ah, lecker Lecker Schöne Mit geschmackhaft Hier Und du musst Läuft auch rum Oh, Hilfe Zabakra Dem See Versunken Wieso gehst du in den Versinkst du im See Äh, ich meine nicht im See Ist Schnee Schnee Entschuldigung Hier ist ja dieser neue Schnee Wo man drinnen Versinken kann Wird doch langsam dunkel So, heute Nacht Verstecke ich mich auf den Baum Du hast kein Bett Nö I have no Bett Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Kann nachher weggerufen werden, das ist ja nur für den Anfang Ah, da ist viel Wasser, so wie es aussieht Ich wollte eigentlich, naja egal, was ich eigentlich machen wollte Ja, noch nicht mal dazu kommen, mir ein kleines Häuschen hier oben schon mal hinzustellen Einziges, was ich bisher geschafft habe, ist sozusagen das Planieren Gerade, dass ich gleich, wenn wieder Tag ist, da anfangen kann Ne, ich muss noch was wandern Aber hier, wo ich gerade bin, ist das Dorf ziemlich ruhig Oh Du hast ein Bett bei dir Ich? Ja Ich habe Strage bei mir ein Bettchen Und hier sind auch Bettchen, aber bei vielen liegen schon die in der Person drin Aber hier ist ruhig Wieso? Du hast ja kein Bettchen Ich habe einen Enderman im Wald unten, sehe ich gerade Ich kann dir leider hier keine Post schreiben, sonst würde ich dir jetzt ein Bett noch zusenden Ich würde dir noch eins abbauen, das verlassen alleine ist Oh, zwei Betten Ich habe zwei Betten Was nützt dir ja nichts, wenn einer schläft Ich möchte mir beides laufen Ich möchte mir beides laufen Gut munkeln Oh Was? Äh, ein Creeperchen, habe ich gesehen Okay Ich hänge hier auf dem Baum Ich habe mich auf den Baum zurückgezogen Du bist jetzt ein Baumhirte, oder wie? Noch nicht Aber werde ich vielleicht machen Mir ein Baumhaus Wäre doch cool Baumhaus Oh, habe ich auch schon mal gebaut Und hier am Tropen Wald bietet sich ja das an mit den Tropenbäumen Den hohen Ich dachte schon, was kommt da angelaufen Nee Ja, ich nicht Nee, nee, aber Creeper Taps, Taps Plums, plums, plums Plums, plums, plums Nur die Harten kommen in die Garte Oh, da unten sehe ich ein Skelett schon laufen Autsch Hier ist die Wicht Hat jemand von euch vielleicht ein Ei gelegt? Nein Oder 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 was war das nicht das ist das schlöckschau aber versorgt wir brauchen ein boot wir haben genug bäume auf jeden fall das war glaube ich so ja genau ja 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 oh okay was denn auch unter wasser heißen die noch mal der ertrunkenen auch hier sind eisbeeren die sonne geht langsam auf kichtenwald okay das ist ein skelett ja ich hab dir auch ein skelett am kalt das creeper edge patch oh wow okay 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 so anhalten da müsste eigentlich dann ein link bei mir sollte der link dann kommen dass okay 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 ja okay okay oder hier deswegen ja das reicht da sollte ich nicht unter das wenn ich wieder hier unten bin kann ich ja auch gleichzeitig bei ihrem stein club tippe 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 hoi hoi oi kann man gleich brot machen hey baby kuh warte mal bin ich jetzt schweine schafe okay ich glaube es war doch gut dass ich nicht wenn es da aufgemacht ist jetzt richtig höhere regnet bei mir stampfen soll wieder draußen die treppe holz werden so elefanten wer weiß vielleicht ist es ja eine herde elefanten irgendwo höre ich jetzt zombies also wenn sie mit dem fuß durch die treppe kommen aber nicht nur nach großen zombie an das sieht aus hätte eine treppe durch den berg gebaut das holz es hat sich auch ja 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 Ich muss die Kohle abbauen. Bei mir dauert es noch, bis ich meinen Stand gefunden habe. Ich suche was ganz Spezielles. Was suchst du Spezielles? Oh, große Wüste, Keramik. Ich gebe nicht gleich Hexenhäuschen, du Hobbit. Warte mal, hier ist der Stein. Hühnchen weg sind meine Pilze. Hühnchen weg sind meine Pilze. Hühnchen weg sind meine Pilze. Ich brauche auch den braunen Pilz für die Pilzsuppe. Ja, du brauchst beide Pilzsorten. Mann, das war aber doch früher, das irre ich jetzt. Nein, du irrst dich, du brauchst beide. Ach, Mama. Nur für Borscher brauchst du nur die... Da brauche ich rote Beete. Ja. Danke. Hi. Hi. Hi und herzlich willkommen, LuflexXD. Danke für den Follower. Also, Putze, wenn ich sterbe, ist das deine Schuld, weil du kein Bett hast. Ich logge kurz aus und du legst dich ins Bett, ja? Äh. Nein. Was? Zombie. Ich hab ausgelaufen. Ich hab Zombie am Arsch. Ja, ich kann mich nicht legen, wenn ein Zombie hinter mir mich knallen möchte. Oh, da stand doch eben eins von zwei. So, ich liege. Ich hab ein Zombie bei mir in der Nähe des Beds gehabt. Die knallen doch einen runter, wenn man... Hell. Jut. Äh, Varun kenn ich nicht. Luflex. Hm? Luflex. Varu. Varu? Äh, Varu. Ob ich den kenne. Ne, Varu ist ne, äh... Lagin. Ist ne? Oder Minecraft-Version. Lagin? Ja. Ja. Es hat... Hat, 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 hat... Komm auf seinen Namen, nicht? Hat das gespielt? Aha. Ja. Ich hoffe mal, dass ich heute noch mein Ziel erreiche, damit ich anfangen kann zu bauen. Ist ein Modus, okay? Ja. Weiß jetzt nicht. Also dann ist das genau für ein Modus. Ich habe schon ein paar Modus ausprobiert, aber... Hm, PvP. Ja, PvP. Ja, PvP. Ja, PvP. Fieders. Hallo. Hi, Schweinchen. Wimmergames. Hm. Vielen Dank.